Vom Musical-Theater zur Sterneküche sind es in der Wiener Himmelpfortgasse nur wenige Schritte. Paul Iwitsch hat das vegetarische Restaurant Tijan in die erste Liga befördert. Für seine ausgefallenen Gerichte bezieht er Obst und Gemüse aus ganz Europa. Das ist ein ganz toller Radiccio, der Tartivo. Ich mag seine milde, zarte, bittere Note. Also der ist nicht so herr wie die anderen. Er ist schon vom Preis ein bisschen höher angesiedelt als wie der normale, aber vom Geschmack fantastisch. Paul Iwitsch hat insgesamt 18 Mitarbeiter und er sagt, er lege Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Das Gemüse wird heute von seinem Lieferanten Luca aus Mittelitalien gebracht. Für Euromax kocht Paul Iwitsch ein Rezept aus seinem neuen Buch, vegetarische Sommerküche. Salat mit der Körnerfrucht Quinoa. Quinoa und Amaranth sind die Bauerpflanzen für die Azteken und Ingras. Also der Ursprung von Quinoa ist aus Peru. Und der spanische Aurora Cortez hat es damals verboten, weil die Ingras und Azteken so kräftig waren, so gesund. Und da haben sie gemerkt, okay, das ist eine kraftvolle Nahrung. Die in Olivenöl angedünstete Quinoa wird etwa eine halbe Stunde im Gemüsefond gegart. Dann kommt geschnittene Mangofrucht dazu. Ein einfacher Trick, man spaltet die Schale der Mango am Rand eines Glases ab. Dann zerkleinert Paul Iwitsch den Radicchio. Weil unser Luca jetzt einen tollen Blumenkohl mitgebracht hat, haben wir jetzt kurz entschlossen, dass wir den auch in den Salat mit einarbeiten. Das röcheln wir jetzt ein paar ab, ein bisschen mit einem Essig. Schon nach wenigen Minuten kann angerichtet werden. Quinoa-Salat mit Mango, Radicchio, Blumenkohl und Ziegenfrischkäse. Das i-Tüpfelchen, die Zitronenpaste Lemon Curl, hergestellt aus Butter, Zucker und Zitronensaft. Heute bereitet Paul Iwitsch den Quinoa-Salat aus seinem Buch etwas einfacher zu, denn für Hobbyköche sind die Gerichte aus seinem Restaurant zu schwierig. Die an Schnitzel und Rindfleisch gewöhnten Wiener haben mittlerweile Gefallen an seiner vegetarischen Küche gefunden und so manches Vorurteil abgelegt. Auch Stammgast Karin Schindler ist begeistert. Weil es total frisch ist, weil ich weiß von dem Koch von dem Paul Iwitsch, dass das wirklich aus natürlichen Lebensmitteln alles entsteht. Dass das von weit her geholt wird oft. Und ich sehe auch oft hier die LKWs stehen von Steiermark und sonst. Viele der Tian-Gäste essen nur manchmal vegetarisch. Küchenchef Paul Iwitsch freut sich, wenn er mit seiner Gemüseküche überzeugen konnte.